3000 euro inflation ausgleichsprämie auch für em rentner haben em rentner auch anspruch auf die inflationsprämie mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von renten bescheid 24 die meine damen und herren heute ist der 8 märz 20 und 24 ich habe 11 gegen 11 uhr eine e mail bekommen und zwar schreibt uns da ein anfragen der namen nenne ich natürlich nicht sehr geehrte damen und herren eure infos verfolge ich regelmäßig ich habe nicht im öffentlichen dienst gearbeitet ich frage mich ob sich für em renner auch einen anspruch auf die inflationsprämie ableiten kann wie stellt sich die politik dazu mit freundlichen grüßen und so weiter ja meine damen herren im grundsatz ist es so die tatsache dass sie rentner sind der eine em rente bezieht gibt ihnen keinen anspruch auf die inflationsausgleichsprämie aber sie können trotzdem sie em rentner sind auch anspruch auf diese prämie haben ganz einfach wenn sie zum beispiel neben ihrer em rente noch im rahmen ihres leistungsbildes oder ihres leistungsvermögens was bei ihnen möglich ist entweder beziehen sie eine rente wegen teilweise erwerbsminderung dann können sie noch halbtags arbeiten bis unter sechs stunden oder sie beziehen eine rente wegen voller erwerbsminderung dann können sie nur noch unter drei stunden arbeiten pro tag bezogen auf eine fünf tage woche selbstverständlich das noch eingrenzen zu erwähnen dann können sie selbstverständlich auch anspruch auf eine inflationsprämie haben wenn ihr arbeitgeber ihr dienstherr diese zum beispiel im rahmen einer dienst in rahmen einer betriebsvereinbarung vereinbart hat dann haben sie da auch anspruch wenn der sie dort beschäftigt im rahmen ihres leistungsbildes wenn sie zum beispiel minijob haben bei einer vollen em rente und ihr arbeitgeber hat die inflationsprämie ausgelobt dann haben sie auch entsprechend anspruch darauf aber ansonsten per se nach dem gesetz nach dem einkommensteuergesetz dort ist die inflationsausgleichsprämie gesetzlich geregelt haben sie grundsätzlich keinen anspruch als rentner als in dem status des rentners auf diese prämie die politik wird ihnen hier die türen nicht öffnen wir haben den bundeskanzler mal vor längerer zeit gehört er hat da klipp und klar gesagt kostet 60 milliarden können wir uns nicht leisten feierabend ja jetzt können sie natürlich sagen für uns wird das nicht zahlen aber für sich selbst schon ja er hat sie ja bekommen die inflationsprämie ist eine völlig andere sache das hat natürlich eine politische dimension auch die art und weise wie der bundeskanzler das kommuniziert hat fand ich schon ziemlich naja fragwürdig aber hilft ihnen in der sache nicht weiter gesetzlich haben sie grundsätzlich nur dann anspruch auf die inflationsausgleichsprämie wenn sie als rentner in einem beschäftigungsverhältnis stehen also beschäftigungsverhältnis und ihr arbeitgeber ihnen diese prämie freiwillig zahlt oder aufgrund tarifvertrag verpflichtet ist eine solche prämie zu leisten näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel